Da stehen Sie auf Ihrem schönen Laminatboden und fragen sich, wie und womit reinige ich den am besten? Geht ganz einfach. Ich zeig's Ihnen. Zuerst reinigen Sie die Fläche mit einem Haarbesen oder Staubsauger. Dann brauchen Sie einen Eimer, ein Flachwischgerät und ein Reinigungsmittel. Wir empfehlen Clean & Green Active. Das ist leicht anzuwenden, ergiebig und ökologisch. Geben Sie einen halben Dosierkopf in einen Eimer mit 5 Liter kaltem Wasser. Kaltes Wasser, fragen Sie sich? Ja, denn nur in Verbindung mit kaltem Wasser bringen die Reiniger ihre optimale und streifenfreie Putzleistung. Und man spart noch Energie. Jetzt den Wischbezug eintauchen, gut auswringen und die Bodenfläche nebelfeucht wischen. Nebelfeucht? Genau. Bitte vermeiden Sie stehendes Wasser. Nach dem Putzen den Wischbezug gut mit warmem Wasser ausspülen und trocknen lassen. Bis zum nächsten Mal.